Herzlich Willkommen bei der Managementberatung Winfried Kempfle Marketing Services. Sie finden auf diesen Seiten im Internet eine Reihe nützlicher Informationen und zahlreiche Dienstleistungsangebote rund um das Thema strategisches Marketing. Diese Dienstleistungen sind so gestaltet, dass Sie, sehr geehrte Besucher, in Ihrer Funktion etwa als Geschäftsführer oder Strategieverantwortlicher Ihrer Firma, aber auch als Produktmanager, als Business Development Manager, als Geschäftsplaner oder als Marketing Manager von Ihnen profitieren können, um Ihre Aufgaben erfolgreich zu erledigen und Ihre Ziele besser und effizienter zu erreichen. Mein Konzept beruht auf einer toolgestützten und prozessgeleiteten Strategieberatung, die für höchste Effizienz im strategischen Marketing sorgt. Wie dieses Konzept funktioniert und welche Vorteile Sie als Kunde davon haben, möchte ich im Folgenden kurz erläutern. Mein Motto lautet Kompetenz schafft Effizienz. Damit will ich ausdrücken, dass eine qualitativ hochwertige Beratung nicht unbedingt teuer sein muss, wenn Ihr ein intelligentes Beratungskonzept zugrunde liegt. Und für mich bedeutet die Basis für richtig effizientes Arbeiten vor allen Dingen die Orientierung an Standards und die Verwendung der passenden Tools und Hilfsmittel. Deshalb setze ich einerseits auf standardisierte Methoden und Vorgehensweisen, weshalb ich auch von Prozess geleitet spreche, und andererseits auf Tools, die sich in der Praxis der Strategieentwicklung über viele Jahre hinweg bewährt haben. Mein Dienstleistungsportfolio umfasst insgesamt sechs Schwerpunktthemen. Im Mittelpunkt, weil zentrales Anliegen meiner Beratertätigkeit, stehen die Strategieplanung und das Strategiecontrolling, das bei der Strategieumsetzung zum Tragen kommt. Eine Strategieplanung kann nur erfolgreich sein, wenn sie neben einer systematischen internen Strategieanalyse vor allem auch auf umfassenden Analysen zum Markt und zum Wettbewerb beruht. Deshalb stellen diese beiden Themen wesentliche Inputfunktionen dar. Projektmanagement wiederum ist eine höchst bedeutsame Supportfunktion, die sowohl bei der Durchführung von Strategieprojekten als auch bei der Geschäftsplanung oder bei der Realisierung von Maßnahmen, die bei der Strategieentwicklung geplant wurden, besonders zur Geltung kommt. Online-Marketing schließlich dient als wichtige ergänzende marktorientierte Funktion. Gerne übernehme ich auch die Erstellung professioneller Präsentationen, die in Ihrem Verantwortungsbereich typischerweise anfallen, um sie zu entlasten und auch damit Sie sich auf Ihre originären, wertschöpfenden Aufgaben konzentrieren können. Als Grundlage meines Leistungsangebots habe ich ein umfangreiches Servicesportfolio entwickelt. Für jede Beratungsleistung sind die konkrete Vorgehensweise und die einzelnen Arbeitsschritte genau erläutert, sowie außerdem der Lösungsansatz und der Nutzen für Kunden beschrieben. Zu jedem meiner Schwerpunktthemen existieren vier bis sechs solcher Standard-Service-Module, die entlang der Phasen eines Standard-Strategieprozesses angeordnet sind und somit die komplette Bandbreite des strategischen Marketings abdecken. Bei der Planung und Durchführung der Dienstleistungen muss man daher nie bei Null beginnen, sondern kann durch Auswahl der passenden Module sehr rasch ein Beratungsprojekt aufsetzen und starten. Trotz ihres Charakters als Standardleistung lassen sich die zugehörigen Vorgehensweisen dennoch ganz einfach und schnell an die jeweiligen Kundenanforderungen spezifisch anpassen. Außerdem ergänzen sich die verschiedenen Dienstleistungsmodule an sehr vielen Stellen und lassen sich somit sehr gut miteinander kombinieren, um auf diese Weise unterschiedliche Kundenanforderungen optimal zu adressieren. Als Kunde können Sie aus insgesamt 27 Consulting-Modulen wählen, außerdem stehen fünf Trainingseinheiten für Strategieplanung, Strategiecontrolling, Marktanalyse, Wettbewerbsanalyse und für Projektmanagement zur Verfügung. Lediglich die Erstellung der Präsentationen und die Coaching-Inhalte müssen aufgrund des zumeist sehr individuellen Charakters jeweils im Einzelfall bestimmt werden. Als weitere Grundlage meines Leistungsangebots setze ich auf Tools. Deshalb habe ich eine Vielzahl in der Praxis erprobter Strategieinstrumente erstellt, die in der Regel in jedem professionellen Strategieprojekt zur Anwendung kommen. Im Prinzip handelt es sich dabei um Formatvorlagen mit PowerPoint- und Excel-Formaten, mit denen sich sehr rasch wirkungsvolle Ergebnisse in Strategieprojekten erzielen lassen. Denn die zugehörigen PowerPoint-Dateien können Sie bearbeiten und mit firmenspezifischen Daten, Informationen, Texten, Analysen etc. ausfüllen oder aktualisieren und auf diese Weise sehr zügig ein komplettes Strategiedokument erstellen. Zur Unterstützung Ihrer Arbeit biete ich das weiteren Excel-Dateien, mit denen Sie Daten erfassen und verwalten, Berechnungen durchführen sowie grafische Darstellungen erzeugen können. Besonders in der wichtigen Analysephase zu Beginn des Projekts, wenn es um eine sorgfältige und umfassende Bewertung der Ausgangssituation geht, in der sich Ihr Unternehmen befindet, sind diese Tools enorm hilfreich, weil mit ihnen wesentliche, entscheidungsrelevante Daten und Informationen auf strukturierte, übersichtliche und nachvollziehbare Art und Weise erhoben und dargestellt werden können. Für die Schwerpunktthemen Markt- und Wettbewerbsanalyse stehen jeweils 11 Tools zur Verfügung, für die Strategieplanung sogar 12, da für die dort genannten Portfolioanalysen zwei unterschiedliche Methoden existieren. Da im Falle der Tools zahlreiche erprobte Formatvorlagen für viele Analysearbeiten und Ergebnisse bereits vorliegen, besteht der Vorteil für Kunden darin, dass sie diese Unterlagen nicht zeitaufwendig neu erstellen müssen. Außerdem geben diese Tools die erforderlichen Daten- und Informationsstruktur des jeweiligen Analyse-Themas vor, wo durch letztlich auch die einzelnen Arbeitsschritte für Datenerhebung und Analyse bereits bestimmt sind. Durch passende Kombination der Strategie-Tools sowie kundenspezifische Anpassung und Dateneingabe lässt sich somit in kürzester Zeit eine komplette Strategieplanung erzeugen. Die Anwendung der Tools spart Kunden also enorm viel Zeit und erhöht die Effizienz des Strategieprojekts deutlich. Und durch die Anwendung eines Standard-Strategie-Prozesses und von wohl definierten Beratungsleistungen und Projektmanagement-Methoden kann vor allem bei der Projektplanung viel Zeit eingespart werden, die nun besser für die eigentliche Projektarbeit, nämlich die Strategieanalyse und Entwicklung, verwendet werden kann. Von diesen positiven Aspekten profitieren Kunden im Hintergebnis auf vielfältige Weise. Sie erreichen nämlich über eine hohe Effizienz im strategischen Marketing letztlich vor allem eine wirksame Strategie. Wirksam heißt, die Strategie zielt auf optimale Marktpositionierung und auf Wettbewerbsvorteile gegenüber der Konkurrenz ab und stärkt damit letzten Endes Ihre Wettbewerbsfähigkeit und Ertragskraft nachhaltig. Ich freue mich sehr über Ihre Kontaktaufnahme, entweder per Telefon oder Sie können mir auch gerne eine E-Mail an die angegebene Adresse senden oder das Kontaktformular auf meiner Internetseite verwenden. Ich empfehle Ihnen auch den Besuch meines Strategie-Blogs. Dort finden Sie sehr viele nützliche und hilfreiche Informationen zu Methoden des strategischen Marketings. Vielen Dank! Untertitelung des ZDF, 2020